servus ich grüße euch herzlich willkommen zu einem neuen video schön dass ihr wieder eingeschalten habt ja jetzt haben wir schon den ersten august letzter sommer sommermonat hat angefangen gut man das diese sommer nennen können oder nicht überlasse ich jeden selber aber es ist eh wetter in jahr ist es so das nächste also so so wir sind hier wir sicherlich schon erkannt habt im tomaten zählt tomaten stehen bei mir nach wie vor gut muss ich sagen gehabt die ersten wo schon geerntet wir haben rote tomaten ist es nicht geil daraufhin haben wir gearbeitet jetzt geht es in erfüllung endlich wieder eigene tomaten ich habe die gäste ersten gestern schon gegessen schmecken wie immer super die eigenen tomaten wisst ihr ja die schmecken eh am besten ja was machen wir heute ich habe mir gedacht ich schneide euch mal ein paar sachen zusammen wo ich so grasen gemäht habe ich glaube das interessiert euch habe ich so ein bisschen gesehen an den abrufzahlen ja guckt euch einfach mal an und vielleicht ist was schönes für euch mit dabei dann viel spaß beim gucken und dann Musik 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 So Freunde, das soll es schon wieder gewesen sein Ich danke euch fürs Zugucken Ich wünsche euch eine gute Woche Lasst es euch gut gehen Liken nicht vergessen Abonnieren, wenn ihr nicht habt Macht's gut Ciao Ciao